Ah! Stopp! Ich merke das! Es geht weiter. Herzlich willkommen bei einem neuen Addams Family Vlog. Und heute ist ein Durchlauf des zweiten Aktes dran. Mit Band! Mit Band! Mit Orchester! Guck mal, wer auch hier ist. Wir sollen alle draußen kommen. Komm schnell! Ich mach, ich mach! Guck mal, was Tina für eine tolle Frisur hat. Ich war nicht viel gelaufen. Was? Ui, hoffentlich ist das nicht kaputt gegangen. Nee. Also die Jugend sind heute. Früher hatte sie nur Respekt vor dem Alter. Ey Simon, warum haben wir heute alle Mützen auf? Ich guck dir mit Maike bitte nochmal an, wann geswingt ist und wann nicht. So sieht es aus, wenn das Orchester auf den Dirigenten wartet. So, dann bitte. Dann bitte. Da war wohl der Unsichtbare. Ach, da ist er. Der ist wieder sichtbar. Ach, du hast jetzt einen Tarnumhang. Du hast gerade Anna angestupst. Ich hab's gesehen. Ich hab sie nicht angestupst. Lass mich das klarstellen. Ich hab meinen Sohn nicht aufgezogen, damit er gekidnappt wird von einem Haufen Psychopathen. Du hast ihn nicht aufgezogen mehr. Das war ich. Du warst im Büro. Und was auch geschieht, ich schenk ihr mein Lied. Und was auch geschieht, ich hab's gesehen. 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 Und wenn wir mit dürfen, wir haben die Luft. Nicht mehr verwesen, fast wieder leben, und da noch ein Hurra. Du kannst aber sehr gut umgehen mit der Zunge. Yeah, wir machen jetzt nur noch Durchläufe. Nur noch Durchläufe. Sieh auch, jetzt ist voll der Durchlauf. Wer ist denn da? So, hier sind schon Requisiten. Simon, zeig mal deine neue Herzenfrisur. Okay, wir gehen schon in Position. Oh, ich muss da ja auch. Mach doch mal, mach doch mal. Katja. Winze wird von der Pflanze gepressen. Mein Gesicht wird immer sehr betroffen. Ganz egal, was passiert. Er liegt und zieht mich auf neue Wege. Ich glaube, ich merke das. Das ist doch gut, das ist doch gut. Ich glaube, ich merke das. Lass mal, lass mal. Er liegt und zieht mich auf neue Wege. Das sind Reaktionszeiten hier. So, heute ist der 19.02. der Tag, an dem die Haare fielen. Oh, was hast du denn gemacht? Ein Einhaar. Achso, warum auch nicht. Heute werden die Haare... Eine Abschießparty für mich. Eine Abschießparty. Habe ich übrigens gemacht, als ich so lange Haare hatte und habe sie mir abgeschnitten, habe ich die Haare so in Abparty gemacht. Ich hatte mal lange Haare, ja. Was ist das? Das ist männlich. Männlich. Okay, okay. Wir tun es jetzt hier. Holen wir nochmal die letzten Leute raus, damit das... Ah, ist die Arbeit, ich mache es nicht. Ah, ist derzeit freut sich. Ah, 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 ah. Das freut sich.